Herzlich Willkommen im Drive-In. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen bitte? Ich bin hier beim Schlemmer-Treff. Die Bestellung 11 ist falsch. Ja, ich mach's da noch. Hörers, ist es richtig oder falsch? Nein, es ist gar nichts richtig. Ist gar nichts richtig. Was ist mit Maraischnitzel? Auch nicht richtig. Auch kein Bock drauf, ja. Was ist mit der Schnitzelbox? Auch nicht. Auch keine Schnitzelbox. Was darf denn sein, der Herr? Ja, bitte geben Sie jetzt ein bisschen Gas. Das nervt mich jetzt so langsam. Wissen Sie, bei mir interessiert sich auch keiner für irgendwas. Ich sitze hier in Berlin irgendwo im Callcenter. Ja, das ist aber nicht mein Problem. Bitte nennen Sie meine Bestellung auf, ehrlich. Sitzen Sie gerade in Offenburg oder in Aparweyer? In Laar. In Laar? Können Sie mir einmal die Postleitzahl durchheben, bitte? Keine Ahnung, was hier die Postleitzahl ist, ehrlich. Ja, wohnen Sie jetzt in Laar oder wohnen Sie nicht in Laar? Nein, wohne ich nicht. Ich hol hier noch was zum Essen.